Hi, was geht ab? Mein Name ist René, ich bin 21 Jahre alt, ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr. Viele hatten sich gewöhnt, ich soll mal darüber reden, wie wird man eigentlich Pilot? Genauer denn Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr. Darüber möchte ich heute ein bisschen über euch reden. Ich fange direkt an, ja, lasst uns nicht schon lange rumschnacken, wir fangen einfach direkt an. Pilot ist etwas, was viele als kleine Kinder als Traum haben. Mama, Papa, ich möchte Pilot werden oder wenn Kinder quasi ihre Eltern, zum Beispiel ihr Vater ist Pilot und dann in der Schule erzählen, mein Vater ist Pilot und so, kommt immer ganz cool an und von vielen Menschen ist es ein Traumberuf. Ja, es ist auch studienmäßig bewiesen, dass Pilot einer der, ich sag mal, höchst angesehensten Berufe ist, die es so gibt, mit Arzt und Polizist, sag ich jetzt mal. Es ist so, dass man quasi bei der Bundeswehr Pilot werden kann und das auch nur mit einem Realschulabschluss. Ja, also ihr müsst mindestens einen Realschulabschluss besitzen, müsst aber dementsprechend auch eine Fachhochschulreife besitzen. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Du kannst quasi bei der Bundeswehr anfangen mit einem Realschulabschluss, musst dich dann aber quasi im, du steigst halt ein als Hubschrauberpilot, sag ich jetzt mal als angebener Hubschrauberpilot, machst dann quasi in der Abendschule deine Fachhochschulreife nach und machst dann danach ein duales Bachelorstudium. Wie die genaue Bezeichnung heißt, kann ich nicht aussprechen. Aeronautical Engineering, irgendwie so, heißt auf jeden Fall quasi dein duales Bachelorstudium. Es ist so, dass ihr quasi mindestens 17 sein müsst, maximal 29 Jahre alt und das Wichtigste quasi ist körperlich 1A, fit, ausdauernd, belastend. Also wirklich, ihr könnt, also, so ungern wie ich es sage und wenn ich auch vielleicht von manchen jetzt den Traum in diesem Video zerstöre, es tut mir dann leid, solltet ihr ein Mängel an eurem Körper haben, sei es jetzt die Wirbelsäule, sei es jetzt Sehschwäche, ja, sei es irgendein anderes Problem, was euren Körper, sag ich einfach mal, nicht die Freiheit gibt, so zu agieren, wie er es kann, ja, das heißt, ihr seid gesundheitlich nicht im optimalen Rahmen. Dann könnt ihr den Hubschrauberpilot auf jeden Fall vergessen, kann ich euch so schon sagen. Genauso ist es, wer Hubschrauberpilot wird, stimmt gleichzeitig damit zu, er kommt zu 100, ich kann auch sagen 10.000% ins Ausland und da wird es auch kein Wenn und Aber geben, das ist Pflicht sogar der Ausbildung, weil ihr quasi in, also im Land und im Ausland trainiert wird, ja, quasi die Flugstunden, ja, klar sind in Deutschland, aber auch wichtig ist natürlich, dass ihr die im Ausland habt, weil Hubschrauber wird natürlich im Ausland eingesetzt und im Ausland sind ganz andere Bedingungen, sei es das Wetter, ja, sei es das Umfeld, sei es die Gefahrenlage oder sei es quasi auch, das Gelände, wo man fliegt, wie man landet und so weiter, deswegen ist auch die Ausbildung im Ausland. Es ist so quasi, dass ihr als angehender Offizier quasi eine militärische und eine universitäre Ausbildung macht, was quasi immer im Wechsel passiert, das heißt, ihr habt, sage ich jetzt mal, sechs Semester, habt jetzt zum Beispiel die universitäre Ausbildung und dann habt ihr quasi wieder ungefähr sechs bis sieben Monate eine militärische Ausbildung. So ist es quasi von denen, die ich kenne, die sind zwar jetzt kein Pilot geworden, aber die haben auch duales Bachelorstudium bei der Bundeswehr gemacht. Es ist so, dass ihr quasi vom Gehalt her, das interessieren sich ja auch immer viele für, ich kann da mal ein kleines, quasi ein kleines Beispiel abgeben, ja, solltet ihr in der 36-monatigen Ausbildung zum Offizier sein, bekommt ihr quasi vom ersten bis zum dritten Monat ein Bruttogehalt von 2.100 Euro, das sind um die 1.000 Euro, äh, 1.900 Euro netto, ja, und solltet ihr dann quasi ungefähr im letzten Monat angekommen sein, also im 36. Monat, dann seid ihr vom Dienstgrad her oberfehnlich, seid also quasi noch kein Offizier, sondern angehender Offizier und kriegt einen Bruttoarbeitslohn von 2.567 Euro, sind ungefähr 2.300, 2.250 Euro netto, ja, was auf jeden Fall schon mal nicht schlecht ist, das sind 36 Monate, also drei Jahre, ungefähr, sagen wir es mal, klarzustellen mit einer normalen Ausbildung, aber euer Einstiegsgeld ab dem ersten Monat ist ja schon direkt 1.900 Euro. So, gehen wir mal nach der Ausbildung, ja, das heißt quasi, ihr seid ausgebildet, seid dann Leutnant, dann bekommt ihr 2.400 ungefähr und bekommt dann ungefähr, wenn ihr Oberleutnant seid, das ist dann ungefähr nach 8, 9 Jahren, bekommt ihr ungefähr, na, 2.800 Euro netto ausbezahlt, macht ihr weiter und werdet quasi Hauptmann in eurem Berufsding, dann seid ihr bei 3.700 Euro netto, ja, und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dieses, sag ich einfach mal, erreicht, diesen Dienstgrad, dann steigt der natürlich von Jahr zu Jahr, bekommt ihr mehr Geld und ist natürlich etwas, was gehaltlich und wirtschaftlich quasi für euer Leben natürlich eine coole Laufbahn ist. Was man jetzt aber dazu sagen muss, einziger Kritikpunkt, ja, Kritikpunkt nicht eher, das ist quasi bei den Offiziersrichtungen bei der Bundeswehr, ist es quasi immer gleich, es unterscheidet sich halt von Pilot zu Arzt, zu anderen Studiengängen bei der Bundeswehr, ihr verpflichtet euch für mindestens 16 Jahre, wobei dazu gesagt wird, wer sich bei der Bundeswehr verpflichtet für 16 Jahre, als Offizier sollte im Hinterkopf haben, Berufssoldat zu werden. Das ist das Beste und das, was man empfehlen kann, wenn man schon 16 Jahre da ist, ja. Nur mal so als kleiner Denkanstoß, vielleicht sitzt ihr irgendwann in 16 Jahren da und sagt euch, der René hat gesagt, Berufssoldat wäre eine Möglichkeit, ich bin jetzt Berufssoldat, habe alles richtig gemacht, danke René, ja. Mit 16, mit in 16 Jahren bin ich 37, kannst mich dann ja mal schön zum Bierchen einladen, würde ich sagen. Nein, das ist quasi so, das was, wie ihr Hubschraubersoldat, Hubschraubersoldat, klingt auch geil, ne, Hubschraubersoldat, ja, Hubschrauberpilot, meine ich natürlich, werden könnt, ja, ist quasi so das, was ihr dafür braucht, was euch erwartet, wie lange die Zeit ist. Solltet ihr noch Fragen haben dazu, zu dem Thema bezüglich oder auch ganz andere Themen, schreibt es in die Kommentare, ich werde mir das durchlesen, werde euch die Fragen auf jeden Fall beantworten und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder, smash den Daumen nach oben und danke fürs Zusehen. Ciao.